Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Monika Thoma, eure Gastgeberin beim Leading Ladies Business Summit und eingeladen habe ich heute die Nicole Rupp von Geldbeziehung.de. Hallo liebe Nicole, grüß dich. Hallo. Eingeladen habe ich die Nicole zu einer Lesung im Rahmen des Perspektiven Buchclubs. Das ist eine kompakte, auf fünf Beiträge angelegte Serie, vielleicht kann man auch sagen eine Pop-up-Veranstaltung, gerade im Hinblick darauf, dass wir ja den Leading Ladies Business Summit als Evergreen aufleben lassen. Das heißt, du kannst da teilnehmen, kannst doch mal teilnehmen, dir kostenlos 32 Videos anschauen von Referentinnen, unter anderem von der Nicole Rupp. Und wir, glaube ich, Nicole, haben ja schon eine lange Tradition, oder sind ja schon, erstmal haben wir eine lange Tradition, wo wir uns kennen. Ich habe neulich mal nachgeschaut, das ist 1996, haben wir uns jetzt zum ersten Mal gebrochen. Ja, ja, es ist fast gar nicht wahr, bei der Monika Schedin vom Women's Business Club in München. Wir haben aber auch schon einige Video-Interviews miteinander gemacht, unter anderem beim Leading Ladies Business Summit. Damals ging es darum, was Sichtbarkeit mit Geldbeziehungen oder umgekehrt zu tun hat. Wir haben festgestellt, wir können quasi zu fast allen Themen hier miteinander kommunizieren. Aber heute ist hier die Perspektive unser Thema und vor allem dein Buch. Liebe Nicole, dann rolle ich doch gerade mal den Ball zu dir rüber. Ja, danke dir. Freut mich sehr, dabei zu sein und damit auch nochmal mein Buch aufleben zu lassen, perspektivisch. Das ist ja im letzten Jahr nochmal neu als E-Book rausgekommen, Haben kommt von Sein. Und genau, du bist ja Begleiterin auch meiner Arbeit im Grunde von Beginn an. Wir haben uns damals noch kennengelernt, als ich in der Finanzbranche aktiv war. Und 2000 kam ja meine Tochter auf die Welt und alles war für mich im Umbruch. Und ich habe dann begonnen, systemische Arbeit mit dem Thema Geld zu verbinden. Und für mich dieses Heilwort Geld, Beziehung in die Welt zu bringen, um Menschen daran zu erinnern, das Geld ist nur so viel wert, wie Menschen es teilen und miteinander profitieren und gemeinsam wachsen. Und das ist das Feld, auf dem ich mich immer noch bewege und das heute aktueller ist denn je. Denn du hast meine Arbeit sehr früh verstanden und auch geschätzt, aber die meisten haben mich ja angeguckt, wie wenn ich vom anderen Stern bin. Was hat denn jetzt Geld mit Wertschätzung zu tun oder warum ist Geld ein Spiegel zu uns? Und eben all diese Themen, warum brauchen wir finanzielle Heilung, regionale Kreisläufe, können wir uns nicht leisten. Wir brauchen es billiger und Ausland. Und ich finde jetzt zeigt sich aktuell, dass wir nichts mehr brauchen, als eben diese Wertschätzung für uns, für unsere Natur, für das Miteinander, die sich am Geld zeigt und nicht umgekehrt. Ja, du sagst es aktueller denn je. Für mich war das vollkommen klar von Anfang an, dass Geld mit Wertschätzung zu tun hat. Und ich fand es auch wahnsinnig interessant, mit welcher Überzeugung du von Anfang an, du warst dir ja sicher, du hast dich ja komplett abgekoppelt von dem, was andere über dich gesagt haben und bist dir sozusagen über die Jahre ja dorthin gekommen oder die Welt ist dorthin gekommen, wo du immer schon warst, sozusagen. So kann man das sehen. Also es waren wirklich auch harte Jahre dabei, weil obwohl ich im Grunde sehr, sehr viel mitbringe, weil ich meine, ich habe das Fach studiert, ich war in der Finanzbranche, ich habe ganz viele Referenzen, Medienbeiträge. Also ich bringe alles mit, um ernst genommen zu werden. Und trotzdem war das immer noch so und ist es zu esoterisch. Und brauchen wir Glück im Geld oder Liebe im Geld? Liebe und Geld geht ja eh gar nicht zusammen. Und ich glaube einfach, es geht um Weiblichkeit im Geld. Und wir haben da ein Patriarchat geschaffen, wo der Finanzmarkt immer noch zu über 90 Prozent von Männern dominiert ist. Und ich liebe Männer, ich habe da nichts dagegen, aber es braucht einfach ein gesundes Gleichgewicht. Und jetzt erleben wir ja auch, was exponentielles Wachstum bedeutet. Und von daher ist es auch passend, wenn wir wachsen, wieder wie in der Natur, stabil, stabil, stabil. Das machen wir beide ja auch. Wir sind auch durch viel dick und dünn in den letzten Jahrzehnten durchgegangen. Und trotzdem geht es darum, das wieder zu verinnerlichen, zu wachsen und dann zu wissen, wichtig ist doch, dass am Ende die Ernte da ist, von der ganz viele profitieren und die dann auch erhalten bleibt. Und nicht nur dieses lineare Wachstum, nicht nur dieses Ziel umsetzen, haben, noch mehr haben, noch mehr Geld, sich dem Geld unterordnen. Und das ist eben so die Sklavenschaft, also meine persönliche Befreiung quasi, der Wandel zur erfülllichen Geldbeziehung war für mich die Befreiung von diesem Rennen und Drehen um das Geld, wie in der Finanzbranche, die ich nach wie vor toll finde, aber hin zu wirklich erster Mensch und dann das Geld und dann erst die Dinge, die wir uns davon kaufen können. Und wir haben das falsch gelebt bisher an vielen Stellen oder die Menschen, die es falsch gelebt haben, die merken es jetzt. Plötzlich sind die Reisen, mit denen man immer geprahlt hat, nichts mehr wert oder es geht nicht. Und wir werden ganz hart mit uns und unserem Sein konfrontiert. Und die Menschen, die da schon sehr an sich gearbeitet haben, auch auf emotionaler Ebene, die profitieren jetzt am stärksten, weil man sich da nicht so schnell umhauen lässt. Und wenn man sich gerade umhauen lässt, das sage ich gerne auch gleich dazu, und jetzt in dieser Angst ist, weil die auch sehr präsent ist und da auch das Kollektiv ganz stark wirkt, dann ist es eben wichtig, nicht davon wegzulaufen, sondern wirklich jetzt zu lernen, sich selbst auszuhalten und alles, was hochkommt. Ich sage ja immer so ein bisschen wie in der Waschmaschine, das wirklich zu begreifen, das sind alles Erlebnisse, Erfahrungen, negative Gefühle, die wir hochkommen, reinwaschen dürfen, um dann auch freier zu werden. Dann können wir auch wirklich entspannt durch diese, wie vielleicht auch noch viele andere Krisen hindurch, wachsen. Und auch in normalen Zeiten glücklich sein. Absolut, das wird der wahre Gewinn. Absolut. Im Marketing haben wir es ja gar nicht so gerne, wenn man eine Innovation hat, wenn man Erfinder ist, wenn man neu vorne dran ist. Wir haben gerade geschildert, was das für Folgen hat, dass man sich auch berücksetzen muss. Aber wenn man dann so weit ist, ist man eben auch der Erste vorne dran. Was einem dabei gut hilft, ist ein Buch. Wie würdest du denn sagen, oder ich frage dich mal, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben? Hast du das mit einem Verlag zusammen gemacht? Ja, wie ist es dir so ergangen mit deinem Buch? Ja, witzigerweise, eigentlich hatte das eine Astrologin vorausgesagt, als ein Buchschreiber. Da wusste ich noch gar nicht, wie komme ich zum Buch und was habe ich zu sagen. Und dann, mich haben sehr stark verändert meine Kinder. Und nach der zweiten Geburt war irgendwie auch klar, jetzt will ich ganz aussteigen. Und ich hatte wirklich so Gedankenschübe. Also da kam wirklich diese billige Werbung ins Haus. Und ich dachte, Mensch, das Leben ist so wertvoll. Warum muss alles immer billiger werden? Für mich war das ein ganz großes Leid. Ich fand das ganz schlimm, wie so die Welt überspült wird mit Konsum. Und brauchst du dies noch und das noch? Und ich war so auf meiner Wolke und dachte, wieso brauchen wir das alles? Und da sind so diese Kapitel entstanden, die auch alle ganz kurz sind. Und es war ursprünglich, ich habe mir das einfach nur von der Seele geschrieben. Und ich erwähne einfach mal so ein paar Kapitel. Es fängt an mit einer Frage des Glaubens, der Wert des Geldes, der Traum vom billigen Leben. Oder halt eben auch ein Traum, der in einem Albtraum enden kann. Warum billig teuer ist, der Einzelhandel vereinzelt, nostalgische Gedanken an sichere Arbeitsplätze. Also im Nachhinein ist es ein sehr visionäres Buch, weil vieles der ersten Teile genauso eingetroffen ist. Und ich dachte, ich biete das als Artikel an Magazine an. Und dann hatte ich aber keine Kontakte und dann fanden es die ersten nicht so gut. Dann hatte ich aber immer weiter diese Kapitel, die einfach nicht aufgehört haben. Also auch Scheinwerte, Schmerzvermeidung statt Lebensgenuss, gewinnreiche Verluste, warum wir immer in Verlusten gewinnen, Schein oder Sein, der Verlust unserer Geldbeziehung, Geld als Spiegel unserer selbst. Also es ging immer weiter in die Tiefe, bis ich dann gemerkt habe, eigentlich ist das ein Buch. In drei Teilen, erst so ein gesellschaftlicher Crossover, dann Geld in Beziehung, bis eben hin zu unserer eigenen Geldbeziehung, finanzielle Heilung, geben, nehmen, Ethik als Erfolgsbasis. Das war ja damals noch ganz weit weg, ja. Warum brauchen wir jetzt auch noch Ethik und warum ist Ethik wichtig für unseren Erfolg? Und von daher war das Buch völlig ungeplant. Ich hatte dann einen Verlag, aber die haben dann sehr viel Stress gemacht, wo ich dachte, nee, unter Stress kann ich gar nicht arbeiten. Da ging gar nichts weiter. Und dann war ich so ein bisschen lost und dann habe ich gesagt, nee, ich muss den Vertrag nochmal auflösen und ich muss es so machen, wie es aus mir heraus will und wie es heraus will. Und dann habe ich in der Nachbarschaft eine Grafikerin gebucht und habe das im Eigenverlag richtig teuer damals selbst produziert und auch einzeln vom Küchentisch verkauft. Und das hat mir ein bisschen meine Seelfamilie geschenkt. Das ist ein schönes Wort. Erzähl ein bisschen mehr dazu. Ja, also es war ganz spannend, welche Menschen damit in Resonanz gingen und wer nichts damit anfangen konnte. Und es war wirklich für mich auch da Waschmaschine-Schleudergang, weil direkt in der Nachbarschaft, das war so, hm, und das ist so teuer und 29 Euro und das war wirklich so, warum ist es überhaupt blau und nicht grün und das so und gleichzeitig kam aber auch wirklich so von Kurt Tepper war eine Rückmeldung von Jutta Speil, die mir eine Postkarte geschrieben hat, dass es bekommen hat und toll findet und so. Und man dachte, was ist da los, ja. Und ganz viele haben es einfach gekauft, weiter verschenkt. Das ging ja nur per E-Mail bei mir zu bestellen. Also es sind auch Freundschaften dadurch gewachsen oder entstanden, weil Menschen sich in der S-Bahn mit dem Buch erkannt haben, ja. Und seitdem verschicke ich ja auch meinen Beziehungsbrief kostenfrei jetzt schon seit 15 Jahren ursprünglich wirklich für diese Leser und um den regelmäßig nicht nur zu schreiben, sondern damals auch in Kontakt zu sein und zu gucken, wie geht es euch mit den Inhalten, was passiert. Und daraus ist so für mich wirklich eine Familie entstanden, weil ich war ja doch oft das schwarze Schaf, so mit meinem Denken. Oder mein Bruder hat es auch immer liebevoll gesagt, du denkst immer genau andersrum, wie alle anders denken und so. Und das war plötzlich, waren da Menschen, die gesagt haben, du schreibst mir aus der Seele. Und ich denke schon lange genauso. Und plötzlich war da so ein Gefühl von, ich bin nicht alleine, sondern wir sind viele, ne. Und das Gefühl ist natürlich gestiegen. Also das Feld, auch wenn ich nicht reich damit geworden bin, aber das Feld ist wirklich stabil gewachsen. Also da das Gefühl zu haben, es hat Türen geöffnet mit den richtigen Menschen oder mit den zu mir passenden Menschen in Verbindung zu sein und in Beziehung. Ja, dann lass uns doch mal einen Blick gemeinsam in das Buch werfen beziehungsweise darf ich dir einfach auch wiederum diesen Ball zurollen, dass du vielleicht mal anfängst, aus dem Buch was vorzulesen. Ja, gerne. Also ich habe das so gemacht. Ich bin ja ein sehr intuitiver Mensch, obwohl ich mich gerne rational mit Geld beschäftige. Und ich habe einfach gedacht, oje, eine Lesung jetzt im Internet vorbereiten. Wie fange ich da an? Wie scanne ich? Und ich habe einfach mal aufgeschlagen und habe jetzt so drei Passagen quasi gefunden oder der Reihe nach aufgeschlagen, die jetzt komplett richtig oder falsch sein können, so wie sie da sind. Genau. Und das ist zum Beispiel aus dem Kapitel Wollen und Haben. Und das ist wichtig, weil in der Transformation sind wir ja auch im Moment. Wir können nur in dem Maße Erfüllung aus materiellen Dingen beziehen, indem wir zu erfüllten Gefühlen in der Lage sind. Ein schönes Haus als solches macht sie nicht zwangsläufig glücklicher. Erst dadurch, dass sie aufrichtig sich daran erfreuen und sich darin wohlfühlen, können sie diese Gefühle auch in Verbindung mit dem Haus erleben. Wir füllen also die Materie, die uns umgibt, mit unserem Leben. Materieller Besitz als solches ist unlebendig und kann uns nicht mit lebendigen Gefühlen bereichern. Genau. Ich kann noch ein kleines Stück lesen. Materie vermag uns allenfalls mit dem in Kontakt zu bringen, was sie ist. Das kann in Form von Geld oder Besitz auch sehr kalt, starr und leblos sein. So fühlen sich viele Menschen trotz materiellem Überfluss nicht überglücklich und reich. Wenn ihnen der Kontakt zu ihrem eigenen inneren Reichtum und ihrem freudvollen Erleben daran fehlt, dann bleibt nur die Leere der Materie. Reich sind sie, wenn sie das in ihrem Leben haben, was ihr Herz berührt. Und ich fand das für mich selbst wieder so eine bewegende Materie, weil wir auch im Moment wieder nur an Menschen denken, die kein Geld haben. Und natürlich ist das eine Herausforderung. Doch wir haben häufig wenig Mitgefühl für Menschen, die viel Geld haben. und verstehen auch diese ganzen Probleme nicht. Also das ist ja auch mein Kernthema jetzt deshalb immer mehr geworden, mit reichen Erben zu arbeiten, weil ich finde, mit viel Geld sind wir noch viel mehr mit unserem Sein und mit unserer Innenwelt konfrontiert und mit unserem echten Glück. Wenn wir mal erlebt haben, wenn man sich alles kaufen kann, ist man nicht unendlich glücklicher, sondern dann geht es auch wieder um die Fragen, wer bin ich, was passt zu mir, was macht mich wirklich glücklich, wofür bin ich da und was mache ich mit diesem Geld so, dass auch das einen Sinn hat. Und das ist ja so der Kern bei mir beim Geld. Also es geht ganz einfach darum, dass unser Denken mit dem Fühlen und mit dem Handeln konform geht. Und ich beobachte immer wieder, da wo der Mensch nicht so handelt, passieren so Krisen, im Grunde auch wie das, was wir heute auch haben. Also auch diese ganzen Verpflichtungen mit dem Ausland und vieles hätten wir uns schon lange sparen können, aus meiner Sicht auch müssen, weil es unsinnig ist, eine Laufhose beim Rest der Welt zu kaufen, nur weil es scheinbar günstiger ist, obwohl wir die auch in Deutschland produzieren und kaufen können. Und dann kostet sie eben das, was unser Leben hier kostet, aber das Leben ist nun mal wertvoll. Wie wir feststellen... Das soll man nicht machen. Ja. Immer Handy ausschalten. Ja, genau. Aber ich wiederhole gerne nochmal, das Leben ist wertvoll und deshalb auch viel zu kostbar, um immer nur den Blick auf dieses Billig zu haben, mit all den hohen Kosten, die dranhängen. Und es ist eben wichtig, sich mit Lebensglück zu beschäftigen. Ich sage ja auch immer, wir bauen heute das emotionale Wachstum, was nach dem Krieg so das wirtschaftliche Wachstum war. Wir dürfen deshalb auch lernen, dass nicht nur ein Auto teuer sein darf, sondern auch ein Coaching oder eine Beratung. Also all diese Leistungen, die wir nicht als Status hinterher vor uns hertragen oder zeigen können. Und trotzdem ist es eine wertvolle Investition für unser Glück, für unser geistiges, seelisches Gesundsein und wie ich finde, eben auch für die Wirkung unseres Geldes überall in der Welt, weil das setzt Bewusstheit und Wertschätzung voraus und nicht nur, ich gebe es irgendwo ab und hoffe, dass es gut geht oder ich muss sowieso gucken, wie ich überhaupt klarkomme. Über alles andere komme ich nicht hinaus, nachzudenken. Wenn man in der Situation ist, ist es wichtig, genau darüber hinaus zu denken und nicht in alten Mustern zu bleiben oder Gewohnheiten. Absolut. Ja, also ich denke mal so, in schweren Zeiten ist es ja so, dass nicht jedes Business leidet. Absolut. Es werden viele Geschäfte leiden. Also so nach dem, was ich mit meinen Kollegen in den Staaten diskutiere, so dass es vielleicht 40 Prozent, 20 Prozent wird es eng, die anderen 20 Prozent, die kommen vielleicht mit einem blauen Auge davon, aber die restlichen, die werden entweder völlig unberührt bleiben oder sogar noch viel, viel besser dastehen als vorher und das ist ja genau der Punkt, du sprichst das jetzt an, Fokus auf Mangel schafft ja keine Fülle. Und hoffe ich, dass ich das noch im Kopf habe, was ich gerade sagen wollte. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen den Faden verloren. Ja, eben auch. Ich kann den Faden weiterführen. Ja, lass mich es gerade noch sagen. Ich hoffe wieder. Also wichtig ist, dass man an der Stelle, ich weiß, was du sagen willst. Ja, dann sag es bitte mal. Jetzt muss ich mich dazu sagen. Ja, dass eben viele Menschen auch Geld haben und auch alle, die Renten beziehen, soziale Leistung, viele Angestellte, viele werden auch in der Krise profitieren, genau jetzt auch und wir haben das Geld und wir dürfen nicht in den Mangel gehen und mit diesem Mangeldenken Mangel forcieren oder uns anstecken lassen von Menschen, die existenziell bedroht sind, sondern wir dürfen auch begreifen, wir haben keinen Mangel an Geld. Das Geld ist da und es gibt ganz viele Menschen, die auch jetzt das Geld haben, zum Investieren oder auch eben da, wo wir waren, zum Investieren in uns. Also ich glaube, du wolltest auf den Punkt hinaus, dass wir begreifen dürfen, nicht jeder ist im Mangel, sondern ganz viele stehen stabil oder sogar noch stabiler. Genau das wäre mein Stichwort gewesen, weil wenn ich im Mangel bin, ich schaffe ja nichts Neues und in dem Moment, wo ich in die Handlung gehe, ist es nämlich der genaue Gegenpunkt zur Angst. Genau. Also das glaube ich egal, aber das gilt für alle Situationen im Leben. Also ob das jetzt ist, bei einer allgemeineren Krise oder später, wenn was weiß ich, irgendwas ist, in die Handlung gehen, weil beides kann nicht gleichzeitig in deinem Kopf sein. Also Angst oder Handlung, du musst dich entscheiden. Genau. Und jetzt, das ist ein wichtiger Punkt, das sind wir jetzt eher im Bereich Coaching als Buchlesung, aber es ist so essentiell, also weil ich festgestellt habe, gerade viele Selbstständige bieten jetzt kostenfreie Angebote als Solidarität an. Und ich finde es nett, aber ich finde es auch sehr schmerzhaft. A, ist es häufig so, muss man aufpassen, ein weibliches Prinzip, wir sind nur gut, wenn wir nett und unterstützend sind. Und es ist auch wichtig, zu unterstützen, wo Unterstützung wirklich gebraucht wird, aber auch da solide und souverän zu sein, wo man aufpassen muss, viele Selbstständige geben jetzt Leistung umsonst für Menschen, die selbst noch ein Gehalt bekommen, ja, denen es also besser geht am Ende dieses Monats. Von daher läuft da auch viel Hilfe so, wo ich denke, das ist für mich nicht Solidarität. Solidarität oder eine gesunde Geldbeziehung würde sich für mich jetzt daran zeigen, dass alle, die noch großzügig sein können, großzügig sind. Dass alle, die finanziell atmen können, jetzt atmen, viele können ja nirgends Geld ausgeben im Moment. Die haben ihr Gehalt, ihre Rente, ihre Leistung, ihr Erbe, ihr irgendwas und können nirgends ins Kino, ins Konzert. Also da gibt es keinen Geldmangel. Wir haben keinen Mangel auf diesem Planeten. Wir haben nur das Problem, dass wir schon lange, lange Zeit haben mit sehr ungleichen Verteilung und wir sollten jetzt gut darauf achten, dass jeder auch auf sich achtet, der auf sich achten muss. Und dass jeder großzügig ist, der großzügig sein kann und das auch Menschen, das biete ich ja auch an. Ich habe so eine kleine Geldglücksrevolution laufen, bis, naja, wir schauen, wie lange. und dass man da auch sich eingeladen fühlen darf, wenn man wirklich erkennt, im Moment kann ich es nicht zahlen, im Moment ist aber die Leistung schon für mich wichtig und dann kann man zeitversetzt zahlen oder auch mal was annehmen. Also ich bin immer dafür, dass man auch lernt, anzunehmen, wenn man es braucht. Also auch wir Frauen versuchen ja auch oft stark zu sein, ja, um uns zusammenzureißen und verpassen, dann wieder Hilfe zu holen. Und es ist einfach wichtig, Hilfe zu holen, wenn man sie braucht, auch aktiv darum zu bitten, die dann auch anzunehmen, aber auch zu sagen, ich biete eine Leistung gegen Geld, weil das ist das, was gerade angesagt ist und vor allem der Wert ist ja da, ja. Also die Leistung soll ja wertvoll sein und ich finde, da muss man Krise hin oder her immer aufpassen. Wird eine Leistung so geschätzt, wenn sie umsonst ist und auch so genutzt oder ist es dann nicht wieder so eine Form von Konsumieren und Berieseln und man freut sich, dass tausend Leute da schauen und zuhören und dann wieder auf ausklicken und so weitermachen wie bisher. Und ich liebe es halt immer, wenn jemand was reingibt und weiß, er verpflichtet sich damit jetzt, das für ihn Beste daraus zu machen und ich stelle fest, dass wirklich viele Euros die Menschen mir gezahlt haben im Laufe der Jahre für mich gefühlt noch viel wertvoller als deren Investitionen sind, weil es eine Investition in ein dauerhaftes Wachstum ist. Also das, was in uns bewachsen ist und gedreht ist, das ist da, das Vertrauen, was ein Mensch erschafft, wie ein Baum stabil zu stehen, das fällt nicht um. Wenn wir wie so ein Mast gewachsen sind oder nur in die Höhe geschossen sind, dann wird es schwierig, wenn der Wind kommt oder der Sturm. Aber alles, was wir in uns angelegt haben, ich finde, das ist ein, ich erkenne sowieso jetzt erst in dieser Zeit den Wert meiner Arbeit. Bis dahin war ich ja auch oft ein bisschen frustriert, mache ich was falsch, weil ich nicht die Million mache, ja, und dann vergleicht man sich auch da mit vielen Gurus und Fortrunnern und denkt, mache ich das verkehrt? Und irgendwie denke ich mir, nee, ich habe es einfach, ich mache es, I did it my way und da war ich sehr konsequent und im Grunde habe ich auch aktuell bin ich sehr dankbar, weil ich eine Entscheidung getroffen habe gegen sehr, sehr viel Geld, die aber jetzt in dieser Krise genau die richtige wäre, sonst könnte ich jetzt auch Großveranstaltung der Reihe nach absagen und ich habe sie, um für mich den entschleunigten Weg einfach noch ein bisschen weiter zu gehen, gar nicht erst, bin da erst gar nicht drauf gesprungen und bin da auch ganz froh drum, wo ich denke, es ist witzig, manchmal versteht man Entscheidungen, die man nicht rational erklären kann, einfach erst hinterher. So ist es, absolut. Ja, vielleicht schauen wir noch mal in dein Buch rein, dass du noch vielleicht ein paar, ja, ich denke, wir verlassen ja das Thema nicht, wir beleuchten ja die gleichen und verschiedenen Seiten. Genau. Wie machen wir weiter? Ich habe hier noch, vielleicht schlagst du auch einfach mal, dein Buch auf und liest den Absatz, der sich zeigen will. Genau, also das habe ich jetzt gemacht, ich hatte im Kopf finanzielle Heilung noch zu lesen, aber jetzt habe ich aufgeschlagen, Geld als Spiegel unserer selbst. Sehr schön. Die Länge des Geldes in ihrem Leben und die Erfüllung, die es mit sich bringt, hat weniger mit Geld an sich zu tun, als mit Ihnen selbst. Und das finde ich auch ein wichtiges Thema einfach, am Geld zeigt sich, wer Sie sind. Wenn Sie ein generell großzügiger Mensch sind, dann können Sie das schwer auf materielle Ebene unterbinden. Wenn Sie finanziell geizen, fällt es Ihnen auch schwer, verschwenderisch mit Gefühlen umzugehen. Da hake ich mal ein, weil es ein spannendes Phänomen ist und weil sich daran zeigt, wie sehr wir das Geld sind und wie sehr wir eigentlich unser Sein über unser Geld ausdrücken und wie wichtig das ist, eben emotional aufgeräumt zu sein und mehr in die Großzügigkeiten, in die Größe zu gehen. A, weil sowieso alles zurückkommt und B, weil es der Beweis unseres Vertrauens ist. Und dieses finanzielle Geizen, dass das auch Menschen sind, die oft mit Komplimenten und so geizen. Ich hatte mal einen Kunden, der hat das Buch gelesen, der hat mich eine ganze Woche eingeladen mit Familie auf seine Finca, weil er gesagt hat, es war für ihn so ein bahnbrechende Erkenntnis beim Lesen meines Buches. Er wusste immer, er hat mit manchen Kunden, kann er nicht. Er weiß nur nicht warum und plötzlich hat er beim Lesen gemerkt, er kann mit geizigen Menschen nicht. Das sind dann so die Grandler, die Krumpler, wenn irgendwas schief geht, ist dann immer gleich großes Kino und die Menschen, die so ein bisschen freudvoll sind und großzügig, mit denen läuft es auch in der Krise, dass man dann ganz anders miteinander spricht und dass man auch offener redet. Genau. Ja, dann auch wie sie sich über Geld äußern, hat nur mit ihnen selbst zu tun und nichts mit der Materie Geld. Spontan sind viele Menschen geneigt zu sagen, dass sie keine Beziehung zu Geld haben, doch tatsächlich hat jeder Mensch seine ganz eigene Beziehung zu Geld. Wir kommen nicht umhin, durch das Mittel Geld, unser Leben zu organisieren, unsere Existenz zu sichern und dadurch mit Geld in Beziehung zu sein. Keine Beziehung zu Geld zu haben, heißt noch keine Beziehung zu einer ganz wesentlichen Bezugsquelle in sich zu haben. Das kann eine Begabung oder Leidenschaft sein, die bis jetzt noch nicht zur Entfaltung gekommen ist. Das Erschließen dieser Quelle wäre nicht nur ein großer Zugewinn an persönlicher Erfüllung und emotionalem Reichtum, sondern auch eine gewinnbringende Geldquelle. Genau. Also das heißt, das Geld ist ein Medium, das so signalisiert, wie gut ich im Flow bin, mit mir, mit meinem Leben. Kann man dies so sagen? Ja, absolut. Und eben auch dieses damit will ich nichts zu tun haben, das ist aus meiner Erfahrung in den Coachings immer ein Hinweis gewesen, es gibt etwas, man sagt ja oft, da wo die größten Ängste liegen, liegen die größten Talente. Ich habe das so beobachtet, da wo die größten Ängste liegen, liegen auch oft die größten Verletzungen. Und dann hat man zum Beispiel im Musikunterricht gehört, du kannst nicht singen und dann hört man auf zu singen und denkt, damit will ich nichts mehr zu tun haben, weil der Schmerz so groß ist. Und es wäre so wertvoll, dahin zu gehen, wo der Schmerz ist, denn da können echte Chancen liegen und das würde ja im Moment auch gelten. Und ja, also von daher kann man sehr viel über sich lernen, auch die Menschen, die damit so gar nichts zu tun haben wollen, die so ein Ekel erleben, habe ich eben ganz oft die Erfahrung gemacht, da liegt auch Missbrauch in irgendeiner Form vor. Oder auch diese Kopplung mit Geld. Ja, und deshalb umgekehrt ist es eben schon wichtig zu wissen, wenn ich es ablehne, warum habe ich eine ablehnende Haltung? Habe ich zu viel? Habe ich die Eltern quasi gekauft? Gibt ja auch Kinder, die einfach immer alles kriegen, bevor sie sagen können, was sie überhaupt genau wollen. Und wo Geld scheinbar was kaputt macht. Und ich versuche zu vermitteln, es ist nie das Geld, was etwas kaputt macht, sondern immer nur wieder der Mensch und die Beziehung. Und dann war es auch nicht das Geld, das das kaputt gemacht hat, sondern die Eltern, die nicht gut genug zugehört haben, dass das Kind wirklich nur diese eine und spezielle Puppe will und nicht einfach zehn Puppen. Oder auch Zeit mit den Eltern oder so. Also da geht es bei dem Thema Geld um Schmerzen, immer um sehr viel Erfüllendes. Also das Potenzial, das sich dadurch zeigt, durch den Indikator. Ja, absolut. Danke. Genau. Ich weiß nicht, wie sind wir in der Zeit? Soll ich noch... Also ein Kapitel... Ein Kapitel. Diskussion solltest du uns noch denken. Das habe ich jetzt aufgeschlagen. Also warum das Geld in die Liebe muss, ist ja klar. Liebe ist jetzt ganz besonders eh wichtig in Zeiten von Angst und auch kollektiven Ängsten. Also das ist schon mal sowieso wichtig. Jetzt habe ich hier aufgeschlagen, Ethik als Erfolgsbasis. Ethisches und menschliches Verhalten ist die Voraussetzung für fühlbaren inneren Reichtum und stabiles finanzielles Wachstum. Und ich finde den Gedanken so wertvoll und wir dürfen es auch begreifen, es muss zusammenhängen. Es nützt uns nichts, finanziell reich zu sein oder uns selbst ein Schnippchen zu schlagen, indem wir schneller reich werden, sondern es geht darum, innerlich reich zu sein und finanziell stabil zu wachsen. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, durch dieses Reset und durch dieses wirklich bei uns zu Hause zu sein und uns zu konfrontieren, auch wirklich nochmal Dinge neu zu überdenken. Was ist mein innerer Reichtum? Was macht mich wirklich fühlbar glücklich und reich? Was brauche ich für mein Glück? Und vielleicht auch wirklich vieles zu relativieren. Und durch dieses Relativieren stellen wir auch fest, dass wir meist mehr Geld haben für das, was wir wirklich brauchen. als wir bisher dachten oder als wir durch die Medien denken. Genau. Eine Erfahrung, die habe ich selber auch gemacht. Ich habe einfach mal, ich habe ein Buch in die Hand genommen, das hieß You Need a Budget und ich dachte mir, oh no, nicht schon wieder. So, das wird es nicht. Aber dann habe ich es irgendwie trotzdem gelesen. Und was ich da so spannend fand, klar, es geht darum, dass ich mir überlege, wie gebe ich jetzt mein Geld aus? Man soll sich die Ausgaben aufschreiben und so weiter. Also das ist schon eher sehr traditionell, aber ich habe mich an dich erinnert gefühlt, weil es geht vor allem darum, dass ich mir zuerst mal überlege, wie soll denn mein Leben ausschauen? Wie soll denn der nächste Monat ausschauen? Was möchte ich denn ausgeben? Und wenn es der verdammte Cappuccino jeden Tag ist, dann ist es der verdammte Cappuccino und nicht irgendeine Vermögensbremse oder irgendwas, was ganz pfui pfui ist. Wichtig ist nur, dass ich mir vorher überlege, so ähnlich wie bei der Zeit, dass ich mir vorher überlege, wie verbringe ich denn meine Zeit, wie verbringe ich mein Geld, damit es mich hinterher glücklich macht. Ja, genau. Also, wir haben große Chancen und es ist wirklich wertvoll, jetzt unsere Beziehungen zu Geld, also da geht es ja immer für mich um ganzheitliche Gesundheit. Also zu dieser ganzheitlichen Gesundheit gehört eben immer aus der Angst rauszugehen, ins Vertrauen rein, gut vorzusorgen, so wie wir das im Moment ja auch alle tun. Und ja, aber einfach mehr dem Herzen zu folgen. Also das ist ja meine These, folge dir und Geld folgt dir. Und das ist mein Abschlusszitat, das lese ich einfach auch gleich noch durch. Ja. Wenn wir Geld wieder mit dem Herzen begreifen und bewegen, dann gewinnen wir nicht nur an Menschlichkeit und Nächstenliebe, sondern auch den Reichtum, den wir uns selbst dadurch erschaffen. Und das stand da eben schon 2006. Und ich finde, jetzt leben wir in einer Zeit, wo man merkt, es gibt Hilfsbereitschaft, wir helfen, wir müssen wirklich aufpassen auf diesen Punkt des Geldes, dass wir auch da heilen und nicht nur alle geben und geben oder aus schlechtem Gewissen irgendwas tun, sondern dass wir wirklich jetzt eine Solidarität aufbauen, wie können wir da Hilfe geben, wo sie wirklich gebraucht ist, so wie das ja auch bei der Gesundheit eine Rolle spielt oder auch Menschen da zu helfen und eben auch großherziger zu werden. Und insofern, vor 15 Jahren war das alles noch wahnsinnig kitschig, so ein bisschen mädchenhaft und so ein bisschen, oh, jetzt auch noch die Liebe und das Glück ins Geld bringen und schwupps haben wir 2020, numerologisch ja eh das Jahr, mit der 4 am Ende, Herzchakraöffnung. Ich habe mir das ein bisschen leichter und anders vorgestellt, jetzt hat sich das Jahr bisher anders entwickelt, aber ich bin zutiefst sicher und überzeugt, dass das unserer Welt, also unserer aller Welt, wirklich, wirklich dienen wird. Im Moment hat die Welt ein bisschen Wellness von uns, ja, ein bisschen Ruhe. Und wenn wir wirklich vertrauensvoll und kreativ damit umgehen, dann wird das hinterher eine noch schönere, buntere, glücklichere, reichere Welt für uns alle sein. Und das wünsche ich mir und den Wunsch teile ich auch gerne in die Welt. Den Wunsch teile ich auch. Ganz lieben Dank. Ich nehme mit, folge deinem Herzen, egal was außenrum passiert. Ja. Lieben Dank. Nicole, den Link zu deinem Buch, den packe ich in die Kommentare, packe ich drunter. Wir laden auch ausdrücklich dazu ein, wenn Fragen, Anmerkungen, Anregungen sind. Bitte in die Kommentare posten, die Nicole taggen, mich taggen und dann kommen wir früher oder später auf diesen Kommentar, auf diese Frage oder Anmerkung zurück. Sehr gerne. Von meiner Seite, von Nicole, deiner Seite, gell, jetzt für heute. Lieben Dank. Und ja, alles Gute. Danke. Alles Gute, dass wir alle gut wachsen. Und ja, alles Gute. Danke. Danke.